Hof in Bayern. Der Zug aus Prag hat Einfahrt. Eine lange Reise von Deutschland nach Deutschland. Prag vor der deutschen Botschaft. Sie lassen sich nicht aufhalten. Was einmal gut ging, soll wieder gut gehen. Was muss das für ein Staat sein, vor dem man so die Flucht ergreift? Ost-Berlin. Können Sie davon verlassen, die totgesagten Leben lange? Herr Honecker, wie fühlen Sie sich denn heute Morgen? Na, ausgezeichnet, von solchen Gästen. Sie fühlen mich wie ein Berliner einer. 40 Jahre DDR. Er hat schon in Moskau gesagt, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Er sagt es in Berlin noch einmal. Ich glaube, Gefahren warten nur auf jene, die nicht auf das Leben reagieren. Honecker versteht nicht. Er ergötzt sich an den Fackeln der FDJ-Jubler. Die anderen Wichte, die überall im Land brennen, nimmt er nicht wahr. Leipzig, Jubiläumsparade der Staatssicherheit. Honecker lässt noch einmal prügeln. Dann melden ihm die Genossen krank. Das Zentralkomödee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und die Fraktion der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Ost-Berlin, Volkskammer. Rette sich, wer kann. Der Notnagel wird eingeschlagen. Den Generalsekretär des Zentralkomödees der SED, Genossen Egon Krenz, zum Vorsitzenden des Staatsrates zu wählen. Ich bitte die Abgeordneten der Volkskammer, die dem unterbreiteten Vorschlag ihre Zustimmung geben wollen, um das Handzeichen. Dankeschön. Gibt es hier Gegenstimmen? ABC schützen in Sachen Demokratie. Erster Schultag. Zähl mal mit dir. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Ich zähle 22. Zählt ja was anderes? 26. 26. Ich wollte das Ergebnis nicht verfälschen. Knosser Egon Krenz ist mit großer Stimmenmehrheit zum Vorsitzenden des Staatsrats der Deutschen Demokratischen Republik gewählt worden. Der Wende halt. Die Wende hält. Als ob nichts gewesen wäre. Als Weibersommer, Berg und Tal sind verzaubert. Paris, die Wettervorhersage vom Laufsteg. Der Sommer 1990 wird heiß und schwül. Es soll aber auch noch Kleider geben. Südafrika. Walter Sisulu. Er wird nach 26 Jahren aus dem Zugtaus entlassen. Wir können nicht warten, die Regierung zu machen, um sich selbst zu machen. Ungebrochen ruft er zum Kampf gegen die Regierung auf. San Francisco, die Erde bebt. Er wartet und doch überraschend. Auf der Brücke ist wenig Verkehr, weil ein Baseballspiel viele Menschen wegzieht. Es ist noch nicht das große, the big one, sagen sie. Kalifornien richtet sich ein, auf unruhigem Grund. Düsseldorf, Donnerstagabend. Die Gewerkschaft ist dagegen. Der Handel zeigt sich spendabel. Ach so, deswegen ist das. Dankeschön. Der Kunde ist König. Dienstleistungsabend, erster Gehversuch. Cap Canaveral, die Raumfähre, ist auf Sendung. Sie hat die Jupitersonde Galileo an Bord. Vier Milliarden Kilometer muss Galileo zurückleben. Das wird sechs Jahre dauern. Von jetzt an gerechnet. Rom, der erste nicht-kommunistische Ministerpräsident von Polen, macht seine erste Auslandsreise. Zum Landsmann im Vatikan. Zwei Polen, eine Madonna. Budapest. Gedenken an die Opfer des Volksaufstandes von 1956. Trauer und Triumph an einem Tag. Die Freie Republik Ungarn wird ausgerufen. Ungarn geht seinen eigenen Weg. Nie wie der Kommunismus. Prag. Die Betonköpfe von Partei und Regierung klammern sich an die Macht. Aber das Volk spürt den Aufwind im Osten. Die Betonköpfe von Hauptmann ist in der Sonne. Die Betonköpfe von Mahler und der Jungs. Die Betonköpfe von Pauli Klammern wird ausgerufen. Ja. Die Betonköpfe von Partei und der Jungs. Die Betonköpfe von Stuttgart.